Brief aus Tangier Les Deux Noirs nannten sie uns nach vier Tagen in der Medina. Unermüdlich hatten wir unsere Kreise durch die schmalen Gassen gezogen. Gelegentlich suchten wir Ruhe in einem der halbdunklen Cafés, in denen alte Männer verstohlen ihre Sepsis anzündeten und die Luft erfüllt war vom süßen Rauch des Kiff. Les Deux Noirs, die beiden Schwarzen. Winter in Afrika. Wir waren die einzigen Ungläubigen, die alles sehen wollten. Wir hatten Tausend und eine Nacht fotografierten, die nichts kaufen, verkaufen, vergessen wollten. Die schwarzen Mäntel, nach denen sie uns benannt hatten, streiften vorbei an den weiß getünchten Mauern der alten Häuser, von denen die Farbe abblättert. Überall ausgestreckte Hände, in die wir Asche streuten. Tanja, die weiße Stadt, die schöne. Die verwischten Schatten von Schwarz und Weiß entsprachen unserem geistigen Zustand. Dem Bewusstsein, eine Balance aufrecht erhalten zu müssen zwischen der alten und der neuen Welt, zwischen Tradition und Genzeitalter. Von Tag zu Tag wurde unsere Haut staubiger, schmutziger, verschmolzen wir mehr mit dem Rhythmus der Stadt. Einmal fuhren wir hinaus, um die restliche Asche über dem Meer zu verstreuen, dorthin, wo Atlantik und Mittelmeer ineinander fließen und Delfine die Fähre zwischen Tangier und Algeciras begleiten. Als ich die Hand öffnete, stob der Wind hinein und trieb mir die Asche in die Augen, schwarz wie Kohl, mit dem die Frauen sich die Augen schminken. Unergründliche Augen, so fremd und geheimnisvoll wie die Welt, in der wir unseren toten Freund vermuteten. Im Morgengrauen stand ich auf der Terrasse des Hauses und lauschte dem verzweifelten, bedrohlichen Ruf des Muezzins über den Dächern der Stadt. Wir ahnten mehr, als dass wir sahen, ließen uns treiben von einem Instinkt, der uns ebenso zielsicher zum El Muniria führte, wo El Hombre Invisible sein unsterbliches, einsames Ritual zelebriert hatte, wie zu dem unscheinbaren Mietshaus auf dem alten Berg, wo wir Mrabet zum ersten Mal begegneten. Wir lernten schnell. Kein Marokkaner sagt dir hier die Wahrheit, nicht weil die zu langweilig wäre, sondern weil es zu gefährlich ist, allzu viel von sich preiszugeben. Nie wirst du auf deine direkte Frage eine direkte Antwort erhalten, und so mussten auch wir uns der Zeremonie der Selbstaufgabe unterwerfen, ehe Mohamed seine skeptische Verachtung Fremden, Ungläubigen, Journalisten gegenüber aufgab, seine verletzte Ehre beschwor, uns Verständnis abverlangte für eine Art zu denken, die auf Jahrtausende alter Überlieferung beruht und die wir kaum verstehen, wenn wir nicht lernen zu hören. Mohamed Brabett kann weder lesen noch schreiben. Er sitzt auf seinem Lieblingsplatz neben dem prasselnden Feuer in Paul Bowles kleiner, immer halbdunkler Wohnung und schaut in unsere Seelen. Früher war ich Fischer und habe auch gut davon gelebt, aber als ich eines Tages von der Guardia Civil, so nennt man hier den Hammerhai, angegriffen wurde, wusste ich, das war ein Zeichen. Es gibt drei Sachen auf der Welt, die verstehen keinen Spaß. Das Meer, die Regierung und das Feuer. Wenn du mit dem Feuer spielst, wirst du verbrennen. Wenn du mit der Regierung spielst, wanderst du ins Kittchen. Wenn du mit dem Meer spielst, wirst du ertrinken. Wir haben ein wenig den Eindruck, er trauert den alten Zeiten nach. Heute kann er nicht mehr ins Wasser. Sein krankes Bein würde im kalten Meer absterben. Er durchbohrt uns mit einem Blick, der unser ganzes Dilemma auf einen einzigen glühenden Punkt konzentriert und lässt das Streichholz über der kleinen Pfeife aufflackern. Allah ist groß. Er sei gepriesen. Ich bin Marokkaner und ich verstehe mein Land und weiß, wie es sein sollte. Die Magie. Ich bin Moslem. Ich schreibe nichts über Frauen. Ich trinke kein Alkohol, ich gehe nicht in Bars, um mir die Frauen anzuschauen. Das interessiert mich nicht. Ich habe eine Frau und Kinder. Große Kinder. Das andere, das ist nicht mein Leben, denn ich bin Moslem und ich komme aus einer Familie von Moslems. Als ich die Augen öffnete, sah ich meine Eltern und Großeltern lächelnde Moslems. Ein Mensch ohne Religion zählt nicht für uns. Ein Fußabtreter ist sauberer als ein Gottloser, denn einen Fußabstreifer kann man wenigstens ausschütteln. Es ist schwer, sein Alter auszumachen. Manchmal ist er 19 und manchmal 90. Aber was spielt das für eine Rolle? Zahlen sind Statuen, Erscheinungen einer phänomenalen Welt. Sie tragen Schleier und verbergen die vielen Wahrheiten, die es gibt. Hier gelten andere Regeln. Die Sprache Mohammeds ist ein Labyrinth wie die tausend Gassen der Medina. Verlockend, aber gefährlich. Ohne Führer verliert man sich in Andeutungen und falsch verstandenen Anspielungen. Seine Kultur lässt sich mit unserem begrenzten, rationalen Denken nicht verstehen. Der einzige Weg hinein ist sich einfühlen, nicht denken, sonst bleibt man von dem, was man sieht, geblendet und dringt in die tieferen Geheimnisse nicht ein. Daher wäre es auch töricht, eine Geschichte so zu erzählen, wie sie ist. Denn keiner würde sie glauben und sie wäre ohnehin nur ein Trugbild, ein Schleier, der vorbei weht. Eine Zunge erzählt dir tausend Wahrheiten, aber ihr wollt immer nur eine sehen. Mohammed weiß, wovon er redet. Wie gesagt, er kann nicht lesen und nicht schreiben, aber er kann reden. Seine Storys führen uns in eine andere Welt, in der Wirklichkeit und Fantasie nicht Gegensätze sind, sondern eine Einheit bilden, in eine Welt, in der Gastfreundlichkeit Gesetz ist, älter als der Koran. Paul Bowles, sein väterlicher Freund, der seit fast 50 Jahren in Tangier lebte, hat seine Geschichten auf Band aufgenommen und ins Englische übertragen. Bowles über Morabed. Er stammt aus einer armen Familie im Riff. Ich glaube, sie waren 24 Kinder. Er hatte nie die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, obwohl seine Eltern später nach Tangier gezogen sind. Dafür lernte er die Suren des Korans. Er war in Amerika, aber es hat ihm nicht gefallen. Beide lachen. Wir sprechen über Medici, der vor vielen Jahren in Qsar al-Qibir Amok lief und Ungläubige oder Touristen abschlachtete und jetzt in anderer Gestalt wieder im Sokuchiko sein Unwesen treibt. Über Sidi Ahmed Meknefsev, den sagenhaften Teemacher, der ist tausend und eine Nacht. Über schwarze Magie und vergiftete Speisen. Als Damuzin draußen in der Dämmerung zum Gebet ruft, mahnend, wachen wir auf aus einem Traum. Wie in Trance verlassen wir das Haus und gehen zu Fuß den alten Berg hinunter in die Stadt. Die Geschäftigkeit der Nacht legt sich sanft über die dunklen Gassen. Wir folgen den Spuren der Kapuzenmänner ins Ungewisse und ehe wir uns versehen, sind wir selber Teil der Geschichte. Das Röhricht Kassem trank und hatte eine Frau, die er nie aus dem Haus ließ. Sie konnte ihn bitten und auf ihn einreden, so viel sie wollte. Er ließ sie nicht einmal zum Baden ins Hammam gehen. Stito hatte keine Probleme, denn er war Junggeselle und rauchte nur Kiff. Kassem kam immer mit einer Flasche in seiner Einkaufstasche ins Café und bald danach brachen sie auf, um zu Kassem nach Hause zu gehen. Unterwegs kauften sie auf dem Markt etwas fürs Abendessen ein, denn Kassem erlaubte seiner Frau auch nicht, zum Markt zu gehen. Stito hatte keinen, der für ihn kochte, deshalb aß er immer bei Kassem zu Abend und bezahlte jedes Mal seinen Anteil. Sie brachten die Einkäufe zu Kassems Frau, damit sie das Essen zubereiten konnte. Doch zuerst machte sie Tapas für Kassems Drinks und Tee für Stitos Kiff. Später, wenn das Essen auf dem Herd war, ging sie zu den beiden Männern hinein und setzte sich zu ihnen. Einmal, als sie alle drei so beisammen saßen, wandte sich Stito an Kassem und sagte, manchmal frage ich mich, wie du so viel trinken kannst. Wo lässt du das alles? Kassem lachte. Und du? Du hast nichts als Rauch aus deiner Pfeife. Ich behalte den Alkohol in mir drin und er gibt mir ein herrliches Gefühl. So ein Unfug, sagte Stito. Von Kiff habe ich mehr, als einer von Alkohol jemals haben kann. Ich kann klarer denken und besser reden. Kassems Frau entschied, dass dies eine günstige Gelegenheit war, um ihrem Mann zu sagen, dein Freund hat recht, du trinkst zu viel. Kassem war verärgert. Geh und sieh nach dem Essen, sagte er zu ihr. Es müsste jetzt fertig sein, wir wollen essen. Sie trug das Essen auf und sie setzten sich zu Tisch und aßen. Als sie fertig waren, unterhielten sie sich noch eine halbe Stunde und dann stand Stito auf. Bis morgen, sagte er zu Kassem. Ja, ja, bis morgen, sagte Kassem. Er war betrunken. Wenn Allah will, fügte Stito hinzu. Kassems Frau stand auf und öffnete ihm die Tür. Gute Nacht. Sie schloss die Tür und dann gingen Kassem und sie zu Bett. Voll zärtlicher Gefühle begann sie ihren Mann zu küssen. Doch er lag nur da und war zu betrunken, um sie zu bemerken. Sie setzte sich auf. Seit dem Tag unserer Hochzeit hast du mich nie mehr geliebt. Du willst nur noch was von mir, wenn du Hunger hast. Die übrige Zeit bin ich Luft für dich. Frau, leg dich hin und schlaf. Sie weinte jetzt. Es dauerte lange, bis sie Schlaf fand. Am folgenden Nachmittag ging Kassem nach der Arbeit ins Café und holte Stito ab. Sie besorgten ihre Einkäufe und gingen damit zu Kassems Haus. Der Abend verlief wie gewöhnlich. Als Stito aufbrach, war Kassem sehr betrunken. Kassems Frau hielt Stito die Tür auf und ging vor ihm hinaus. Als er aus der Tür kam, flüsterte sie. Versuch morgen allein zu kommen. Lass ihn allein nach Hause gehen. Was hast du vor? Fragte er. Sie zeigte auf das Röhricht hinter dem Garten. Versteck dich dort. Stito verstand. Aber er wird hier sein. Flüsterte er. Das macht nichts. Keine Sorge. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Frau schloss die Tür. Kassem saß da und trank. Sie ließ ihn sitzen und ging zu Bett. Am folgenden Nachmittag trafen sich die beiden Freunde wieder im Café. Stito legte seine Pfeife weg. Wie geht's? sagte er. Komm, wir gehen, sagte Kassem. Er hatte es eilig, nach Hause zu kommen und seine Flasche zu öffnen. Ich kann jetzt nicht weg. Ich muss hier noch auf jemand warten. Ich komme dann nach. Hier ist das Geld fürs Essen. Ja, dann gehe ich jetzt auf den Markt. Setz dich doch eine Weile zu mir. Nein, nein, ich muss los. Dann bis später. Er blieb bis zum Beginn der Dämmerung im Café. Dann stand er auf und ging in die Straße, wo Kassems Haus war. Er wartete und als niemand mehr durch die Straße kam, schlich er sich ins Röhricht und versteckte sich dort. Durch Schilfrohr konnte er Kassem sehen, der in seinem Zimmer saß, eine Flasche neben sich auf dem Tisch und ein Glas in der Hand. Und er sah die Frau, die ihm dem Teil vorbrachte. Dann kam sie mit einer großen Schüssel aus dem Haus und ging geradewegs zum Rand des Röhrichts. Sie stellte die Schüssel auf die Erde und bückte sich, als hätte sie Arbeit zu tun. Sie sah zu ihrem Mann hinüber und sprach mit ihm. Ihre Kleider reichten vorne bis auf den Boden. Doch hinten war sie vollkommen nackt und Stito sah alles, was er sehen wollte. Während sie vorgab, in der Schüssel etwas zu waschen, drückte sie ihr Hinterteil ins Röhricht und Stito drückte dagegen und begann sich mit ihr zu vergnügen. Wenn du so weit bist, flüsterte sie, ziehen heraus und lass es mich in der Hand auffangen. Das ist nicht richtig. Wie kann ich so etwas tun? Die Frau bewegte sich plötzlich nach vorn und er rutschte heraus. Stito begriff, dass er nichts von ihr haben konnte, wenn er nicht tat, was sie verlangte. Du kannst es dann nochmal machen, flüsterte sie, und ihn drin lassen, wenn du willst. Sie drückte wieder nach hinten und er begann erneut. Als er fast soweit war, gab er ihr eine Warnung und sie griff nach hinten und bekam, was sie wollte. Sie behielt es in der geschlossenen Faust und wartete, damit er es noch einmal machen konnte, wie es ihm gefiel. Als er fertig war, verließ er das Röhricht und ging auf die Straße. Niemand sah ihn. Die Frau ging ins Haus. An dem Platz, wo Kassem saß, blieb sie stehen und schaute auf ihn herunter. Kann ich morgen in das Hammam gehen? fragte sie. Fängst du schon wieder damit an? schrie Kassem. Tausendmal habe ich schon Nein gesagt. Nein! Du kannst das Haus nicht verlassen. Sie streckte die Hand aus, öffnete sie und ließ, was sie darin hatte, auf den Teil vor neben Kassems Glas tropfen. Kassem riss die Augen auf. Vor einem Augenblick war er noch betrunken gewesen, doch jetzt war er nicht mehr betrunken. Er fragte nicht einmal, wie sie dazu kam oder von wem sie es hatte. Er stand auf, ließ Flasche und Glas stehen und ging ohne sein Abendessen zu Bett. Als er am Morgen zur Arbeit ging, ließ er die Haustür weit offen. Den ganzen Tag machte er sich Gedanken um seine Frau. Nach der Arbeit ging er ins Café zu Stito. Seine Miene war traurig, als er sich setzte. Stopf mir eine Pfeife, sagte er. Was? rief Stito. Ja. Stito gab ihm seine Pfeife. Was ist geschehen? Das ist das erste Mal, dass du Kiff willst. Ich trinke nichts mehr, sagte Kassem. Von jetzt an rauche ich Kiff. Aber warum? Kassem gab keine Antwort und Stito fragte nicht weiter. Als die beiden Freunde an diesem Abend zu Kassem nach Hause kamen, lachten und scherzten sie und hatten den Kopf voll Kiff. Kassem war den ganzen Abend in bester Laune. Als Stito gegangen war, sagte er zu seiner Frau, Bist du ins Hammam gegangen? Ja, danke, dass du die Tür offen gelassen hast. Ich dachte, du hättest vergessen, sie abzuschließen, als du weggegangen bist. Ich werde sie nie mehr abschließen, sagte er. Sie küsste ihn und sie ging zu Bett. Zum ersten Mal, seit vielen Nächten, war Kassem nicht zu betrunken, um sich mit seiner Frau zu vergnügen. Sie machten einander sehr glücklich und schließlich sanken sie in einen tiefen Schlaf. Musik Das Kifffeld Vor dem Dorf Rehre gab es einen Rifi, der ganz für sich lebte. Er besaß ein großes Stück Land, auf dem viele Bäume standen und erlebte davon, dass er die Bäume fällte und daraus Holzkohle brannte, die er in die Stadt brachte. Eines Tages, als er gerade seine Holzkohle auf dem Markt verkauft hatte, kam ein Dschibeli zu ihm und fragte, ob er Arbeit für ihn hätte. Der Rehre sagte, wenn es ihm nichts ausmache, auf dem Land zu leben, könne er mitkommen und bis zum Sommeranfang für ihn arbeiten. Der Dschibeli war einverstanden. Gemeinsam gingen sie nach Rehre, zum Haus des Rehre. In der Hütte da drüben kannst du schlafen, sagte der Rehre. Dann zeigte er dem Dschibeli seinen Besitz. Morgen früh, Inschallah, fällen wir ein paar Bäume und machen Holzkohle, sagte er. Und wenn wir früh genug fertig sind, können wir hier ein kleines Kifffeld anlegen. Wacha, sagte der Dschibeli. Sie aßen zu Abend und dann ging der Dschibeli hinaus und legte sich in seiner Hütte schlafen. Am Morgen stand der Rehre auf und machte Kaffee. Er ging hinaus, weckte den Dschibeli und sagte ihm, er solle zum Frühstück kommen. Nach dem Frühstück rauchten sie einige Pfeifen Kiff. Dann ging sie hinaus und begann Bäume zu fällen. Ab und zu legten sie eine Pause ein, setzten sich hin und unterhielten sich und machten dann weiter. Sie arbeiteten, bis sie genug Holz für vier Meiler hatten. Sie bedeckten die vier Stapel mit Erde und zündeten das Holz an. Als sie fertig waren, blieb ihnen bis Sonnenuntergang noch genug Zeit, um das Kifffeld anzulegen. Als es dunkel wurde, hatten sie eine ordentliche Zahl von Reihen eingesät. Der nächste Tag verging genauso. Der Dschibeli war zufrieden. Am Ende der ersten Woche hatten sie so viel Holzkohle, dass sie sechs Esel brauchten, um alles zu transportieren. Sie luden es auf und schafften es zum Suk-el-Hom. Der Rifi verkaufte es für 14.000 Franc, 5.000 gab er dem Dschibeli und der freute sie sehr, denn er wusste, dass er alles sparen konnte, weil er für Kost und Unterkunft nichts ausgeben musste, solange er bei dem Rifi war. Jeden Tag fällten sie Bäume und einmal in der Woche brachten sie die Holzkohle zum Markt und verkauften sie. Mittlerweile wuchs der Kiff auf dem Feld. Der Rifi deckte die Pflanzen jeden Abend mit drei Zeltplanen ab, die er am frühen Morgen wieder herunternahm, damit den Blättern kein Sonnenstrahl entging. Als es Sommer wurde, ging der Rifi daran, sein Gemüse zu ernten. Es regnet jetzt nicht mehr, sagte er zu dem Dschibeli, und ich habe keine Arbeit mehr für dich, aber komm nächsten Winter zurück, wenn der Regen wieder einsetzt. Er gab dem Dschibeli einen großen Vorrat an Gemüse und außerdem eine Ladung Holzkohle und 10.000 Franc. Der Dschibeli packte alles auf seinen Esel. Dann sah er den Rifi an. Und der Kiff? fragte er. Du siehst ja, wann er so weit sein wird, sagte der Rifi. Dann kommst du vorbei und ich gebe dir deinen Anteil. Der Dschibeli verabschiedete sich und ging nach Hause. Doch die Geschenke des Rifi machten ihn nicht froh. Er musste immer daran denken, wie hart er in Riri gearbeitet hatte, und er war sich ganz sicher, dass der Rifi sein Wort nicht halten würde, wenn der Kiff reif zur Ernte war. Ich frage mich, wie viel er für den Kiff bekommen wird, dachte er. Ich werde davon nie etwas sehen. Wochenlang machte sich der Dschibeli Gedanken über den Kiff. Schließlich beschloss er, nicht länger zu warten. Eines Abends ritt er auf seinem Esel nach Riri und nahm einen Eimer voll Teeröl mit. Im Dorf brannte nirgends ein Licht, aber er kannte jeden Pfad. Er ritt geradewegs zum Kifffeld des Rifi und schüttete das Öl über die Pflanzen. Dann deckte er die Zeltplan wieder darüber und ritt zurück in die Stadt. Am frühen Morgen stand der Rifi auf und ging zum Feld, um die Pflanzen abzudecken. Seine Augen wurden groß, als er sah, dass sie alle von Öl glänzten und abgestorben waren. Er blieb eine Weile stehen und dann quollen ihm die Tränen aus den Augen. Er riss die Pflanzen aus und trug sie zum Ufer des Bachs. Als er alles auf einem Haufen zusammengetragen hatte, zündete er es an und sah zu, bis es verbrannt war. Im Laufe des Tages trug er von seinem Kifffeld die obere Erdschicht ab, die von Teeröl durchtränkt war. Dann grub er das Feld mit den Spaten um und säte neun Kiffsamen. Ehe der Tag vorbei war, hatte er das Feld wieder eingesät. Auf seine jungen Pflanzen achtete er diesmal noch mehr als zuvor. Abends goss er sie regelmäßig und mit großer Vorsicht und tagsüber lief er mehrmals zum Feld und sah nach, ob sie auch gut gedienen. Eines Nachmittags erschien der Dschibeli auf dem Feld, wo der Rifi gerade arbeitete. »Salamu alaikum!« »Alaikum salam!« Sie schüttelten sich die Hände. »Wie geht's?« fragte der Dschibeli. »Was macht der Kiff? Ist er noch nicht reif?« Der Rifi seufzte. »Der Kiff! Er ist verdorben. Irgendein Hurensohn ist gekommen und hat nachts lauter Teeröl über die Pflanzen geschüttet. Ich musste alles ausreißen und verbrennen. Aber ich habe schon wieder neue Pflanzen und es wird nicht mehr lange dauern, bis sie reif sind. Ich sorge dafür, dass sie gut wachsen. Angst macht mir nur der Tau über Nacht. Ich muss sie vor Sonnenuntergang abdecken, sonst werden sie mir schwarz. Komm und sieh's dir an. Sie gedeihen gut und sind schon ziemlich hoch.« Er ging mit dem Dschibeli zum Feld und zeigte ihm die jungen Pflanzen. Der Dschibeli starrte sie einen Augenblick an. »Hm, es gibt eine Menge Hurensöhne in der Gegend«, sagte er. »Komm, wir trinken einen Tee«, sagte der Rifi. »Wir können uns da drüben unter die Zypressen setzen.« Er machte den Tee im Garten. Dann gingen sie mit ihren Gläsern in den Schatten und setzten sich auf eine Matte. Sie rauchten ihre Pfeifen und unterhielten sich. Als sie aufstanden, sagte der Rifi, »Nicht mehr lange und es wird wieder Winter. Sobald es anfängt zu regnen, kannst du wieder für mich arbeiten.« »Gut«, sagte der Dschibeli. Der Rifi holte Gemüse und füllte die Körbe, die der Esel des Dschibeli trug. Dann schenkte er dem Dschibeli noch 2000 Fr. und sie verabschiedeten sich. Als der Dschibeli fortgeritten war, goss der Rifi seine Kiffpflanzen und breitete vorsichtig die Zeltplan darüber. Hinter dem Kifffeld gab es niederes Buschwerk und dahinter führte ein Pfad zum Bach. Eines Tages, als der Rifi nach seinem Kiff schaute, sah er einen wilden Eber auf dem Pfad. Das machte ihm Sorgen. Er holte Hacke und Schaufel aus dem Haus und ging hinunter zum Bach. An einer Stelle unter den Bäumen begann er zu graben und er hörte erst auf, als er eine sechs Fuß tiefe Grube ausgehoben hatte. Am nächsten Tag schleppte er körbeweise Kakteen, Flaschenscherben und alten Stacheldraht zur Grube, bis ihr ganzer Boden damit bedeckt war. Er machte aus Schilfrohr ein Gitter, das er über die Grube legte. Darauf legte er dickes Packpapier und bedeckte es mit Erde. Es war eine zeitraubende Arbeit. Stundenlang lief er hin und her und jedes Mal, wenn er am Kifffeld vorbeikam, warf er einen Blick auf seine Pflanzen. Wenn ein Eber nur ein einziges Mal durch den Kiff läuft, macht er mir alles zunichte, dachte er. Ich muss diesen Eber fangen. Außerdem kann ich ihn dann, den Spaniern in Huetbachein verkaufen. Nicht lange danach, die regnerische Jahreszeit hatte noch nicht begonnen, hörte der Rifi gegen Abend ein Klopfen an seiner Haustür. Er öffnete und der Dschibeli stand da. Masajer! Ich hatte heute Abend nichts vor. Da dachte ich, ich komme mal vorbei. Vielleicht kannst du mir etwas Gemüse geben. Ja, ich denke schon, sagte der Rifi. Und der Kiff? Was macht er? Ah, er ist fast reif, aber diesmal ist es nicht so viel. Komm und schau's dir an. Während sie zum Kifffeld gingen, dachte der Dschibeli, er wird mir bestimmt nichts geben. Er wird irgendeinen Vorwand finden. Er sagt er schon, dass es nicht viel ist. Nachdem sie eine Weile dagestanden und das Feld betrachtet hatten, gingen sie zurück ins Haus und setzten sich. Du bleibst zum Essen, sagte der Rifi. Anschließend tranken sie Tee und rauchten Kiff. Als es für den Dschibeli Zeit wurde, zurück in die Stadt zu reiten, ging der Rifi hinaus und holte Gemüse für ihn. Er füllte ihm den einen Korb mit Gemüse und den anderen mit Holzkohle. Dann gab er ihm noch tausend Franc und schickte ihn auf seinem Esel auf den Heimweg. Den ganzen Tag hatte der Dschibeli an den Kiff gedacht, den er mitzunehmen hoffte. Jetzt, da er ohne Kiff zurückkehrte, war er voll Hass auf den Rifi. Noch ehe er nach Hause kam, hatte er bereits beschlossen, dem Rifi auch diesen zweiten Versuch zu verderben. Unterwegs hielt er an einem Kaffee und kaufte ein Päckchen Kiff. Zu Hause setzte er sich hin und rauchte eine Pfeife nach der anderen. Dann stand er auf und ging hinaus in die Nacht. Mit einem Eimer Teeröl machte er sich auf seinem Esel wieder auf den Weg nach Rere. Um ungesehen zum Kifffeld zu gelangen, schien es ihm am sichersten, den Bach zu durchqueren und den Pfad hinter den Büschen entlang zu schleichen. Als er den Bach hinter sich hatte, stieg er von seinem Esel ab und ließ ihn stehen. Er ging den Pfad entlang auf die Eberfalle zu. Als er auf die dünne Erdschicht über der Grube trat, brach sie unter seinem Gewicht ein und er fiel hinunter auf die Glasscherben und Kaktusstacheln. Das Blut lief ihm überall aus dem Leib. Im Dorf schliefen alle und hier draußen war niemand, sodass auch seine lautesten Schreie ungehört verhalten. Am Morgen stand der Riefie auf und ging hinaus, um seine Kieffpflanzen abzudecken. Er besah sie eingehend und stellte fest, dass sie alle wohl auf waren. Er ließ sie auf die Sonne warten und ging in den Teil des Gartens, wo seine Gemüsebeete waren. Bald darauf beschloss er, nach der Eberfalle zu sehen. Als er die offene Grube sah, lächelte er. Er war sicher, dass er den Eber gefangen hatte. Er beugte sich über den Grubenrand und sah den Dschibeli. Rasch lief er zum Haus und holte ein Seil. Er machte eine Schlinge, warf das Seil über einen Ast und zurrte es fest. Dann ließ er sich langsam in die Grube hinunter. Der Dschibeli, von Blut und Teeröl verschmiert, war tot. Der Rifi wusste nun, wer seinen Kieff vernichtet hatte, und er erkannte, dass es ihm der Eber ermöglicht hatte, den Dschibeli zu töten, ohne dass er sich schuldig fühlen musste. Niemand kann die Pläne Allahs vorhersehen, murmelte er. Er kletterte heraus und lief zum Haus. Dort holte er einige Kilo Kalk hervor und schüttete alles in einen Kessel voll Wasser. Er weichte den Kalk ein und rührte mit einem Stecken, bis die Brühe schäumte und Blasen bildete. Dann trug er es zur Grube und goss es über den Dschibeli. Er warf Steine in die Grube und schaufelte Erde hinein, bis alles eingeeben war. Dann pflanzte er Unkraut und Büsche darauf. Nichts deutete noch darauf hin, dass hier einmal eine Grube gewesen war. Von da an lebte der Rifi allein und fällte auch seine Bäume allein. Er erntete seinen Kiff und rauchte ihn allein und hatte keinen Ärger mehr. Der Doktor aus dem Schimmel Untertitelung im Auftrag des ZDF, Vor dem Eingang zum Palast des Khalifa lag ein Garten mit Springbrunnen und Blumen. Hierher kam jeden Tag ein gewisser Natchawi und setzte sich unter einen Feigenbaum. Er stellte seinen Korb ab und entnahm ihm ein Schaffell, das er immer bei sich hatte. Er breitete es aus und setzte sich darauf. In seinem Korb hatte er auch noch Holzkohle, einen Teekessel und eine Schüssel voll Majun. Er rückte drei Steine zurecht, sodass er zwischen ihnen ein Feuer machen konnte, stellte den Teekessel darauf und wartete, bis das Wasser kochte. Jeden Tag konnte man ihn da auf seinem Schaffell im Garten sitzen sehen. Er hatte keine Arbeit, aber er hatte viele Freunde, die ihm ab und zu ein wenig Geld gaben und das reichte ihm zum Leben. Es wurde bekannt, dass der Khalifa an einer Eiterbeule litt, und zwar an einem unaussprechlichen Körperteil. Die Folge war, dass er nicht mehr sitzen konnte. Man hatte schon die besten Ärzte herbeigeholt, doch sie hatten ihm nicht helfen können. Der Grund war, dass der Khalifa sie genierte und deshalb nicht zuließ, dass sie die Eiterbeule untersuchten. Er ließ heilige Männer und Tolba kommen, die ihm den Koran rezitierten, doch die Schmerzen blieben. Als er eine Chaui von den Schwierigkeiten des Khalifa hörte, ging er in den Garten und begann, Machun zu essen. Er aß an diesem Tag mehr als gewöhnlich und rauchte auch eine große Menge Kiff. Die ganze Zeit dachte er an den Khalifa. Als er in heiterer Stimmung war, legte er sich im Schatten des Feigenbaums auf den Rücken und sagte sich, ich denke, ich kann ihn heilen. Bald danach stand er auf, legte sein Schaffeld zusammen, verstaute seine Pfeife, den Teekessel und die Majun-Schüssel im Korb, ging zum Tor des Palasts und klopfte an. Ein Sudanese öffnete und fragte, was er wollte. Ich bin Arzt, sagte er. Woher kommst du? fragte der Schwarze und musterte seine zerlumpte Kleidung. Wir hatten schon alle Ärzte aus dem Land hier. Ich bin aus dem Schemel. Ich habe Mittel, die jedes Leiden lindern, ganz gleich, wie krank einer ist. Warte hier. Ich komme gleich wieder. Der Sudanese ging in die Gemächer seines Herrn und berichtete ihm, dass ein Trieb aus dem Schemel eingetroffen sei. Der Chalifa lag auf dem Bauch, erhob ein wenig den Kopf und seufzte. Bring ihn herein, sagte er. Der Diener ging zum Tor. Komm mit, sagte er zu dem Natschauhi. Im Schlafgemach sah der Natschauhi den Chalifa, der Bäuchlings auf seinem Bett lag. Bring viel Honig und heißen Tee, wies er den Schwarzen an. Dann setzte er sich neben dem Chalifa aufs Bett. Als der Diener mit Tee und Honig zurückkam, nahm der Natschauhi seine Schüssel aus dem Korb und kratzte mit dem Löffel eine große Kugel Matschun heraus, die er dem Chalifa reichte. Esst zuerst das hier und dann trinkt diesen Tee. Das tat der Chalifa und der Natschauhi goss ihm immer wieder Tee nach. Als eine Stunde vergangen war und der Natschauhi sah, dass die Wirkung des Matschun eingesetzt hatte, schickte er den Diener weg und stand auf. Dies ist der Augenblick für die Medizin, sagte er. Er zog dem Chalifa den Tiamir herunter, sodass dessen Hinterteil entblößt war. Der Chalifa merkte es gar nicht. Dann rieb sich der Natschauhi sein Glied mit Honig ein und stieß es mit einem kräftigen Ruck in den Chalifa hinein. Der Chalifa schrie auf und versuchte den Natschauhi abzuschütteln, doch er hatte nicht die Kraft dazu. Danach blieb er still, während der Natschauhi ihn bearbeitete. Die Operation ist gleich vorüber, euer Exzellenz, sagte der Natschauhi. Er brachte es zu Ende und zog sehr befriedigt sein Glied heraus. Die Eiterbeule war geplatzt. Er rief den Schwarzen herein und sagte ihm, er solle Tücher holen und seinen Herrn säubern. Der Chalifa, der so lange gelitten hatte, empfand das Verschwinden der Schmerzen als eine solche Wohltat, dass er einschlief. Als er Natschauhi die sah, entrollte er sein Schaffell am Fußende des Bettes und legte sich ebenfalls schlafen. Als er am Morgen aufwachte, schlief der Chalifa noch immer. Nach einer Weile wurde der Chalifa wach und der Natschauhi half ihm beim Aufstehen. Ich habe keine Schmerzen mehr, sagte der Chalifa. Hamdullah, sagte der Natschauhi. Gemeinsam ging sie in das Bad des Chalifa. Als die Diener sie mit Wasser übergossen hatten und gegangen waren, fragte der Chalifa, gestern Abend, als du mich operiert hast, was hast du da benutzt? Einen Stab? Denn Natschauhi zeigte auf sein Glied. Euer Exzellenz, ich habe das hier benutzt. Was? rief der Chalifa. Aber das bedeutet, du hast dich an mir vergangen, du hast dich an deinem Chalifa vergangen. Nein, euer Exzellenz, ich habe euch operiert, nichts weiter. Gut, sagte der Chalifa und besann sich, dass der Natschauhi ihn in der Tat von seinem Leiden befreit hatte. Sie verließen das Hamam und der Chalifa gab Anweisung, sofort ein großes Fest zu veranstalten. Musiker und Tänzer traten auf und die Gäste aßen viele Stunden lang und tranken Tee. Der Natschauhi holte seine Majun-Schüssel hervor und gab dem Chalifa einen Löffel voll davon. Bald wurde der Chalifa sehr rätselig. Er lachte und sang und der Natschauhi wusste, dass er glücklich war. Er verstaute alles wieder in seinem Korb und stand auf. Ich muss gehen, euer Exzellenz, sagte er. Was schulde ich dir? fragte ihn der Chalifa. Sidi, was immer ihr mir gebt, wird mehr als genug sein, denn es kommt von euch. Er ist ein großer Arzt, dachte der Chalifa. Er ließ von einem Diener einen Beutel voll Dinar holen und gab ihn ihm. Der Natschauhi dankte ihm und ging. Draußen überquerte er die Straße und setzte sich wieder unter den Feigenbaum, um Kiff zu rauchen. Musik Der junge Einsiedler Ein Mann namens Sikadur hat von seinem Vater ein großes Stück Land geerbt. Am einen Ende stand ein großes Haus, in dem die Familie wohnte. Und etwa eine halbe Meile vom Haus war ein Wäldchen. Hier hatte Sikadurs Vater am schattigen Ufer eines Flusses ein kleines Haus gebaut und ringsherum einen Garten angelegt. In diesem Garten, fern von seinen Angehörigen, hatte sich der alte Mann die meiste Zeit aufgehalten. Sikadur hatte immer viel zu tun und kümmerte sich nicht um das kleine Haus im Wald. Sein Sohn jedoch, ein Junge von 17 Jahren, rauchte gerne Kif. Und der Garten des Großvaters schien ihm dafür der ideale Ort zu sein. Er hielt sich immer öfter dort auf und schließlich zog er ganz aus dem Haus seines Vaters aus, um allein im Wald zu leben. Einmal im Monat ging er in die Stadt und kaufte ein, was er brauchte. Streichhölzer oder eine neue Pfeife und frischen Kiff. Jeden Nachmittag ging er zum Haus seines Vaters und holte sich Essen für den Abend und den nächsten Tag. Sein Großvater hatte im Garten einen Teich angelegt und an dem Teich gefiel es dem jungen Mann besonders gut. Stundenlang saß er regungslos da, bis die Vögel zutraulich wurden und ganz nah herankamen. Er hatte viele Monate gebraucht, um sich mit ihnen anzufreunden. Es forderte Geduld und Klugheit und eine ganze Menge Kiff, bis man lernte, so still zu sitzen und auf die Vögel zu warten. Doch gewöhnlich kam sie und manchmal setzten sie sich sogar auf seine Schulter. Und es war ihm, als versuchten sie mit ihm zu reden. Sie schienen zu glauben, dass er verstehen konnte, was sie mit ihrem Zwitschern sagten. Eines Tages kam Verwandte aus einem anderen Teil des Landes, um Sikadur und seine Familie zu besuchen. Bei ihnen war ein junges Mädchen, das stumm war. Eine Weile saß sie bei den anderen, dann wurde ihr langweilig und sie stand auf und ging hinaus. Die Obstgärten waren so schön, dass sie beschloss, einen Spaziergang zu machen. Sie erreichte das Wäldchen und folgte dem Pfad, der zu dem kleinen Haus am Fluss führte. Als sie in den Garten kam, sah sie den Jungen am Teich sitzen und vor ihm auf der Erde sah sie zwei Vögel, mit denen er zu reden schien. Sie blieb stehen und brachte vor Staunen den Mund nicht mehr zu. Die Vögel schilpten sehr laut. Der junge Mann hörte ihnen zu und schien dann etwas zu ihnen zu sagen. Er hob die Arme und als die Vögel wegflogen, lachte er. In diesem Augenblick sah er das Mädchen, das ihn vom anderen Ende des Gartens beobachtete. Es schien ihm, dass er noch nie ein so schönes Gesicht gesehen hatte. »Wer bist du?« rief er ihr zu. Sie legte die Hand auf den Mund und zuckte die Schultern, um ihm zu zeigen, dass sie nicht sprechen konnte. Er ging zu ihr und machte Zeichen und sie gab ihm zu erkennen, dass sie verstand. »Was machst du hier draußen im Wald?«, wollte er wissen. Sie erklärte ihm in Zeichensprache, dass ihre Familie in dem großen Haus hinter den Obstgärten zu Besuch sei. Und er sagte ihr, dass es das Haus seines Vaters war. Er führte sie zum Teich und sagte ihr, sie solle sich setzen. Dann machte er ihr einen Tee. Während sie trank, stopfte er seine Pfeife mit Kiff und zündete sie an. Er goss sich ein Glas Tee ein, rauchte und sah das Mädchen an. Sie versuchte ihm unter großen Anstrengungen etwas zu sagen, doch er hob die Hand und sagte, »Nein, versuch nicht zu sprechen. Ich will ein bisschen träumen.« Eine Weile saßen sie schweigend da. Der Kiff stieg dem jungen Mann in den Kopf, während er da saß und dem Rauschen des Flusses lauschte. Nach einiger Zeit stand er auf und sagte zu dem Mädchen, »Komm, ich zeige dir, wie du wieder zurück zum Haus meines Vaters kommst.« Sie machten sich auf den Weg durch den Wald. Er redete mit ihr und sie antwortete ihm mit Gesten. Plötzlich reckte sich mitten auf dem Pfad eine Schlange, als wollte sie die beiden angreifen. Das Mädchen sah sie und ihre Angst war so groß, dass sie den Mund öffnete und gellend schrie. Die Angst hatte ihr die Zunge gelöst. Die Schlange glitt seitwärts zwischen das Laub am Wegrand. »Ich, ich kann sprechen«, sagte das Mädchen. Der Junge sah sie an, als verstehe er nicht, was daran so ungewöhnlich sein sollte. Bald danach sagte er, »So, jetzt sind wir aus dem Wald heraus. Dort drüben siehst du das Haus. Geh einfach darauf zu.« »Ja«, sagte sie, und während sie zum Haus ging, dachte sie, »Ich kann jetzt sprechen.« Der junge Mann kehrte um und ging zurück zu der Stelle, wo die Schlange auf ihn wartete. Er blieb stehen und strich ihr mit der Hand zwei- oder dreimal über den Rücken, und sie glitt davon. Dann ging er in seinen Garten, setzte sich wieder an den Teich und rauchte Kiff. Hassan und die Arabiya »MUSHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHKLINHK Hassan war unverheiratet. Er war Kiffraucher und liebte seine Freiheit. Sein bester Freund war ein alter Mann namens Si Mokda, den er seit seiner Kindheit kannte. Eines Tages kam Si Mokda auf einen Besuch in Hassans Haus. Hassan bot ihm die Matratze zum Sitzen an und machte ein Feuer, damit er ihn zum Abendessen einladen konnte. Während das Essen kochte, rauchten sie einige Pfeifen Kiff. Als sie gegessen hatten, tranken sie Tee, rauchten noch mehr Kiff und unterhielten sich. Si Mokda, sagte Hassan, es ist kaum zu glauben, dass du 75 bist. Du bist kräftig, du wirkst viel jünger. Sieh mich an, ich bin 35 und tauge zu nichts mehr. Weißt du, mein Sohn, die Menschen sind nicht alle gleich. Du bist du und ich bin ich und jeder ist er selbst. Ja, natürlich, sagte Hassan. Ich bin ich und ich achte auf meine Gesundheit. Gesundheit. Du dagegen achtest überhaupt nicht auf dich. Das ist wahr, Si Mokda. Ich habe mir nie die Mühe gemacht und jetzt ist es zu spät. Gestern Abend habe ich ein Mädchen mit nach Hause genommen. Ich war die ganze Nacht mit ihr zusammen und habe gewartet, dass sich was tut. Es ging nicht. Sie hat mich geküsst und gestreichelt. Sie hat alles versucht, aber er regte sich nicht. Er schlief einfach weiter. Si Mokda lachte. Das muss das erste Mal sein, dass es dir passiert. Sonst würde es dir nicht solche Sorgen machen. So etwas erlebt jeder einmal. Da isst man einfach einige Arribia. Arribia? Hast du welche? Nein, ich habe es nicht nötig, sagte der alte Mann und zwinkerte Hassan zu. Wo kann ich welche kaufen? Si Mokda schüttelte den Kopf. Es gibt sie nicht zu kaufen, mein Sohn. Hassan machte ein unglückliches Gesicht. Wenn du willst, kann ich dir sagen, wie man sie macht. Und wenn du sie gemacht hast, bringst du sie mir und ich sage dir, was man damit tut. Natürlich will ich welche. Was muss ich tun? Zuerst holst du dir Wachua-Bohnen und kochst sie, bis das Wasser schwarz ist. Dann trocknest du sie in einer Pfanne auf dem Feuer. Aber schütte das schwarze Wasser nicht weg. Außerdem brauchst du noch viele andere Sachen. Mehl und Eier, Zucker, Nüsse und Gewürze. Si Mokda erklärte Hassan das Rezept für Aribia. Und wenn du sie in die Bäckerei bringst, sagte Malen, er soll sie nicht länger als eine halbe Stunde im Ofen lassen, fügte er hinzu. Morgen, Inschallah, werde ich die Medizin machen und du kannst kommen und sie dir ansehen. Si Mokda war einverstanden. Er stand auf und ging. Früh am Morgen holte sich Hassan die Chahua-Bohnen von einigen Stauden, die an der Straße wuchsen. Er ging damit nach Hause und setzte sie zum Kochen auf. Danach ging er hinaus und besorgte sich die übrigen Zutaten. Er formte den Teig zu kleinen Kugeln, wie es ihm Si Mokda gesagt hatte, und ging damit zum Bäcker. Er wartete eine halbe Stunde, bis sie durchgebacken waren. Er fand Si Mokda in dem Kaffee, in dem er immer saß. Er setzte sich zu ihm und bestellte sich ein Glas Kaffee. Sie rauchten ihre Kiffpfeifen. Ich habe die Medizin gemacht, sagte Hassan. Sehr gut. Bald danach standen sie auf und gingen zu Hassan nach Hause. Dort zeigte er dem Alten die kleinen Kugeln. Ja, so haben sie immer ausgesehen, als ich sie noch machte. Er nahm ein Messer und schnitt eine der Kugeln durch. Ist das. Und jetzt trink ein Glas heißen Tee. Hassan tat, was der alte Mann ihm sagte. Etwa eine halbe Stunde danach begann Hassan zu schwitzen. Er schloss die Augen und es schien ihm, dass er Klänge hörte, wie er sie noch nie vernommen hatte. Und Dinge, die er noch nie gesehen hatte, glitten an seinen Augen vorüber. Er war überzeugt, dass er schwerelos in der Luft schwebte. Si Mokda fragte ihn, wie er sich fühle. Ah, ich glaube nicht an die Welt. Es gibt noch eine andere Welt und dort ist das Leben ganz anders. Habe ich es nicht gesagt? Ich habe auch nicht gedacht, dass du mir etwas vormachst. Jedenfalls, ich fühle mich herrlich. Es dauerte nicht lange und in Hassans Glied schwollen die Blutgefäße, sodass es sich regte. Si Mokda bemerkte es. Wieder fragte er Hassan, wie er sich fühle. Noch besser. Ich muss gehen, sagte Si Mokda und stand auf. Nimm dir von der Medizin etwas mit, forderte Hassan ihn auf. Der alte Mann nahm drei Kugeln und legte sie in die Kapuze seiner Gelada. Dann ging er hinaus. Als Hassan am Abend zu Bett ging, fühlte er sich nicht müde. Bald stand er wieder auf, zog sich an und ging in den Soko Chico. Als er am Café Central vorbeikam, sah er drinnen eine junge Amerikanerin allein an einem Tisch sitzen. Er ging hinein und setzte sich an den Nebentisch. Dann sprach er die junge Frau an und sie antwortete ihm. Er setzte sich zu ihr an den Tisch und sie redeten eine Weile zusammen. Etwas später holte er seine Pfeife hervor, stopfte sie und gab sie ihr. Sie rauchte und lächelte ihn an. Während sie beide ihren Kaffee tranken, fragte Hassan sie, ob sie mit ihm nach Hause gehen wollte. Sie war einverstanden, doch sie sagte, sie müsse erst noch in ihr Hotel. Hassan zahlte und sie ging zu ihrem Hotel. Eine kleine, dunkle, sehr schmutzige Absteige, nicht weit vom Soko Chico. Er ging mit ihr nach oben und sie öffnete die Tür. Auf dem Bett lag ein junger Mann. Das ist mein Freund. Kann er mitkommen? Hassan war sicher, dass sie nicht mit ihm gehen würde, wenn er es nicht wollte. Also sagte er, natürlich. Doch er überlegte bereits, wie er den jungen Mann loswerden könnte. Als er ihn eingehender betrachtete, fiel ihm auf, dass er lange blonde Haare wie ein Mädchen hatte, bunte Glasperlenketten und seltsame Dinge um den Hals trug. Sie machten sich auf den Weg zu Hassans Haus. Als sie dort waren, lud er die beiden zum Sitzen ein und er kochte Wasser für den Tee. Die beiden Amerikaner betrachteten den Teller voll Arribia-Kugeln auf dem Tisch. Sind das Haschisch-Plätzchen? Wollte das Mädchen wissen. Das sind Arribia. Versuch mal. Hassan gab ihr eine halbe Kugel und sie aß sie. Dann streckte sie die Hand aus und nahm sich noch eine halbe. Bis Hassan merkte, was vorging, hatte sie ihre zweite Portion bereits heruntergeschluckt. Es war zu spät, um etwas zu sagen, also ließ er es sein. Er wollte den Teller wegstellen, aber der junge Mann wollte jetzt auch eine Kugel. Hassan gab ihm eine. Sie tranken ihren Tee. Nach etwa 20 Minuten sah Hassan, dass das Mädchen schwitzte und die Augen fast geschlossen hatte. Er warf dem jungen Mann einen Blick zu, um zu sehen, ob er es bemerkt hatte und sah, dass auch er die Wirkung der Medizin verspürte. Fühlt ihr euch gut? fragte er die beiden. Ich fühle mich prächtig, sagte das Mädchen. So schön kann es nirgends sein wie da, wo ich gerade bin. Die Luft weht an mir vorbei wie Musik. Eine Musik, die nicht von dieser Welt ist. Ich habe überhaupt keine Verbindung mehr mit der Erde. Ich bin im Himmel. Im Himmel! Ja, da hast du ganz recht, sagte Hassan. So ist das. Der junge Mann saß mit geschlossenen Augen da und lächelte nur. Das Mädchen strich ihm mit den Fingern durch seine langen Haare und sagte zu Hassan. Mein Freund fühlt dasselbe wie ich. Er ist auch im Himmel. Dann sagte sie zu dem Jungen etwas in ihrer Sprache und er wandte sich ihr zu und küsste sie, ohne die Augen zu öffnen. Hassan nahm den Teller mit den Arabiya und hielt ihn dem jungen Mann hin. Er dachte, der Bursche würde vielleicht noch etwas nehmen und schließlich das Bewusstsein verlieren. Doch der junge Mann öffnete die Augen, sah den Teller und schüttelte den Kopf, ohne von dem Mädchen abzulassen. Und dann sah Hassan mit ungläubigem Staunen, wie die beiden Amerikaner einander entkleideten und sich auf seinem Bett liebten. Im ersten Augenblick war er so verblüfft, dass er wie angewurzelt da saß und kein Wort herausbrachte. Dann sprang er auf, stieg die Treppe hinauf zum Dach und ging dort mehr als eine Stunde hin und her. Als er herunterkam, hatten die beiden Amerikaner ihre Kleider wieder an, saßen auf dem Bett und sahen sich in die Augen. Er machte die Tür auf und sie standen auf und gingen hinaus auf die Straße. Er knallte die Tür zu und verriegelte sie. Im Café traf er sie Mokta am nächsten Tag in bester Laune an. Ich hatte die ganze Nacht ein Mädchen bei mir, sagte ihm der alte Mann. Ich habe ein bisschen von deinen Arebia genommen. Er fing an, ihm von seiner Nacht zu erzählen. Bald merkte er, dass Hassan nicht zuhörte, also sprach er nicht weiter davon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die See auf der Straße Ein Kiffraucher stand eines Morgens auf und nach dem Frühstück mit seiner Frau begann er eine Mischung aus Kiff und Coca zu rauchen. Als seine Frau das sah, schimpfte sie, warum rauchst du morgens nicht Tabak und wartest mit Kiff und Coca wenigstens bis zum Nachmittag? Du bist noch nicht einmal auf dem Markt gewesen. Aber er sagte, er würde nur eine oder zwei Pfeifen rauchen, ehe er auf den Markt ging. Nach zwei Kiffpfeifen stand er auf und verließ das Haus. Er kaufte Gemüse ein und was sie sonst noch für diesen Tag brauchten. Dann ging er zum Fischmarkt, wo ein alter Freund von ihm eine Bude hatte. Sie begrüßen sich und schlugen einander auf die Schulter. Wie ist heute dein Kiff? Fragte der Fischhändler, der keinen bei sich hatte. Mein Kiff ist immer hervorragend, sagte der Mann. Ich schneide ihn ja jeden Tag selbst. Stopfst du mir eine Pfeife? Der Mann stopfte seine Sepsi und der Fischhändler rauchte sie. Komm mal rein, sagte er. Ich habe heißen Tee für dich. Der Mann ging hinein, er setzte sich und sein Freund goss ihm ein Gas Tee ein. Sie saßen eine Stunde oder etwas mehr, rauchten, unterhielten sich und schlurften Tee. Dann kaufte der Mann ein Kilo Schwertfisch, bezahlte dafür und ging nach Hause. Er war schon ziemlich benebelt von dem Kiff, den er geraucht hatte. Seine Frau öffnete ihm. Du warst aber lange weg. Das wird heute ein sehr spätes Mittagessen. Stell dir vor, ich habe einen Mann getroffen, den ich Jahre nicht mehr gesehen hatte. Wir kamen ins Reden und es wurde spät. Hast du Hunger? Ich habe ein bisschen was gegessen, sagte sie. Er packte die Einkäufer aus. Hier sind die Sachen. Warum kochst du nicht das Essen? Wo ist das Öl? Du hast kein Öl mitgebracht. Ah ja, gib mir eine Flasche, dann hole ich welches. Sie brachte ihm eine alte französische Weinflasche mit einer Vertiefung im Boden. Er nahm sie und ging damit zu einem Laden einige Straßen weiter. Der Bakal stand hinter dem Ladentisch und wollte sich gerade seine Kiffpfeife anzünden. Stattdessen begrüßte er den Mann und reichte ihm seine Sepsie. Der Mann setzte sich auf eine Kiste neben dem Eingang und rauchte die Pfeife. Anschließend stopfte er die Pfeife wieder und gab sie dem Bakal zurück. Gib mir eine Limonade, sagte er. Ich habe Durst. Der Bakal öffnete zwei Flaschen Limonade und während sie rauchten, unterhielten sie sich. Die leere Weinflasche lag am Boden und zu Hause saß die Frau und wartete. Als sie das Wartenleid war, beschloss sie, zu einer Nachbarin zu gehen, um sich Öl zu besorgen. Sie wartete dann noch eine Weile, doch schließlich wurde ihr Hunger so groß, dass sie den Fisch zubereitete und aß. Im Laden saßen die beiden immer noch beisammen, unterhielten sich und lachten. Wenn Kunden hereinkamen, bediente sie der Bakal und der Mann stopfte sich eine Pfeife und rauchte, bis der Bakal sich wieder zu ihm setzte. Es wurde dunkel. Plötzlich hob der Mann mit einem erschreckten Ausruf den Kopf. Was ist denn? fragte der Bakal. Gib mir ein Liter Öl. Meine Frau, warte drauf. Er gab dem Bakal die Flasche und dieser füllte ein Liter Maß mit Öl und fing an, es in die Flasche abzufüllen. Bald war die Flasche voll, doch wegen des falschen Bodens blieb noch einiges Öl übrig. Du hast hier noch mehr, sagte der Bakal. Wo soll ich das hintun? Einen Augenblick stand der Mann da und betrachtete die Flasche in seiner Hand. Dann fühlte er die Vertiefung im Boden und drehte die Flasche um. Hier, sagte er und zeigte dem Bakal die Vertiefung. Füll es da rein. Der Bakal starrte ihn verständnislos an, während das Öl über den ganzen Ladentisch floss und auf den Boden tropfte. Doch da er selbst reichlich benebelt war vom Kiff, goss er schließlich das restliche Öl in die Vertiefung des Flaschenbodens. Der Mann bezahlte, verabschiedete sich und ging hinaus. Es war Abend und der Ostwind hatte aufgefrischt. Als er draußen die frische Luft einsog, entfaltete der Kiff, den er geraucht hatte, mit einem Mal seine ganze Wirkung. Er kam in die Straße, wo er wohnte, und blieb stehen. Statt der Straße, die sich endlos vor ihm erstreckte, sah er das Meer. Hohe Wellen rollten im Mondschein auf ihn zu. Was für eine See, dachte er. Dann zuckte er die Schultern, zog Jacke und Hose aus, Hemd und Unterzeug. Als er nackt war, wickelte er die Flasche sorgsam in seine Kleider und band sich das Bündel auf den Kopf, damit er die Hände frei hatte zum Schwimmen. Dann machte er einen Hechtsprung in die Wogen. Er landete auf dem Bauch vor einem Kaktuszaun, an dem Kothaufen lagen. Raue See, murmelte er und kroch die Straße lang, als würde er schwimmen. Vor seinem Haus stand er auf und hämmerte an die Tür. Als seine Frau ihn nackt und kotverschmiert und mit blutenden Schürfwunden sah, war sie so entgeistert, dass sie kein Wort herausbrachte. Siehst du denn nicht, rief er, das Meer ist gekommen. Schau nur, wie hoch die Wellen da draußen sind. Sie packte ihn, zerrte ihn herein und knallte die Tür zu. Dann buxierte sie ihn in die Toilette, goss mehrere Eimer voll Wasser über ihn und schrubbte ihn sauber. Danach trocknete sie ihn ab und brachte ihn zu Bett. Mitten in der Nacht schreckte er hoch und rief, ich habe das Öl gebracht, du kannst jetzt den Fisch braten. Ich habe Hunger. Zwei Freunde und der Regen Farid und Mansur hatten benachbarte Stände auf dem Markt und waren Freunde geworden. Da sie beide gern Kief rauchten und haschisch aßen, beschlossen sie, sich nach einer gemeinsamen Wohnung umzusehen. Sie fanden ein Haus mit nur einem Raum. Sie hatten eine Strohmatte, einen kleinen Tisch, eine Truhe, eine Kohlenpfanne und einen Kochtopf. Ihren Tee machten sie in einer Konservendose. Aber sie hatten zwei Matratzen, für jeden eine und jede hatte ihre eigene Decke. An einem verregneten Abend, mitten im Winter, aßen sie ein großes Tajin aus Lamm und Quitten. Danach legten sie sich auf ihre Matratzen und rauchten mehrere Pfeifen Kiff. Dann stand Farid auf und holte ein Stück Haschisch. Es regnete in Strömen und der Wind rüttelte am Haus. Lange saßen sie da, knabberten an dem Haschisch und lauschten dem Regen. Schließlich löschte Mansur das Licht und sie schlossen die Augen und begaben sich auf eine Reise in andere Welten. Es regnete weiter und das Prasseln wurde immer lauter. Es war sehr dunkel im Raum. Bald wurde das Geräusch so stark, dass es Farid aus seinen Träumen riss. Ist das ein Unwetter, sagte er. Hör dir nur diesen Regen an. Das, mein Freund, ist kein Regen, sagte Mansur. Nicht? Was denn dann? Es ist Wasser. Farid lachte. Doch Mansur sagte, da gibt es nicht zu lachen. Es ist nicht dasselbe. Regen ist Regen. Und Wasser ist Wasser. Und was da auf unser Dach fällt, ist Wasser. Ich muss jetzt schlafen, sagte Farid. Ich kann nicht die ganze Nacht reden. Du hast angefangen. Sie schwiegen. Der Sturm nahm zu. Mansur lag auf dem Rücken und war schon fast eingeschlafen. Da bekam das Dach ein Leck. Zuerst fiel nur ab und zu ein Tropfen, jedes Mal genau auf sein linkes Augenlid. Doch bald kamen die Tropfen schneller. Sie zerplatzten auf seinen Lidern, liefen ihm an den Wangen und am Hals herunter. Er versuchte wieder in andere Welten zu entschweben, aber der Regen nagelte ihn auf seiner Matratze fest. »Farid«, rief er schließlich. Farid grunzte nur. »Farid, tu mir einen großen Gefallen und schieb meinen Kopf ein bisschen zur Seite. Das Wasser tropft mir in die Augen.« Farid stöhnte. Da sagte Mansur, »Was hast du denn?« »Ach, auf meinem Kopfkissen ist eine Ratte, die versucht dauernd an meinem Ohr zu nagen. Kannst du nicht den Stock nehmen und sie vertreiben?« Mansur lag still. »Was für ein Sturm«, sagte er seufzend. Der Regen tröpfelte weiter auf sein Gesicht und bald war er eingeschlafen. Als ihn die Ratte schließlich ins Ohrläppchen biss, raffte sich Farid zu einer Handbewegung auf und verscheuchte sie. Dann schlief auch er ein. Die Datura-Blüten Zwei junge Freunde, Hamid und Mustafa, lebten seit mehreren Jahren zusammen in einem Haus mit drei Zimmern und jeder bezahlte die Hälfte der Miete. Beide arbeiteten als Teppichknüpfer in der Fumbukshishira. Nach Feierabend gingen sie immer in ein Café oder ins Kino und anschließend nach Hause. Sie machten alles gemeinsam. Mustafa hatte einmal in Casablanca gelebt und hatte noch Freunde dort. Einer von ihnen war ein Junge namens Abdeslam, den er seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte. Doch eines Tages bekam er plötzlich einen Brief von ihm. Der Junge schrieb, dass er nach Trangère kommen und ihn besuchen wollte. Mustafa wusste, was Hamid gegen Leute aus Casablanca eine Abneigung hatte. Deshalb erzählte er ihm von dem Brief, um zu sehen, was Hamid sagen würde. Er war nicht sicher, ob Hamid damit einverstanden sein würde, dass Abdeslam ins Haus kam. Aber Hamid zuckte nur die Schultern und sagte, er will dich besuchen, nicht mich. Mustafa sagte sich, dass er Abdeslam nun kommen lassen konnte. Er wollte ihn sehr gerne wiedersehen. An dem Tag, als Abdeslam eintreffen sollte, ging sie hinunter zum Strand und warteten auf den Bus aus Casablanca. Als der Bus hielt, drängte Abdeslam als erster heraus. Er sprang herunter, umarmte Mustafa und küsste ihn auf beide Wangen. Abdeslam, das ist mein Freund Hamid. Hamid und Abdeslam gaben sich die Hand. Dann stiegen alle drei in ein Taxi und fuhren zum Haus. Mustafa machte Tee für Abdeslam, während Hamid zum Markt ging, um die Zutaten fürs Abendessen einzukaufen. Als er zurückkam, setzte er sich zu den beiden und trank Tee mit ihnen. Er holte seine Sepsie hervor und sie begannen zu rauchen. Sie unterhielten sich und nach einer Weile merkte Mustafa, dass Hamid etwas gegen Abdeslam hatte. Er hoffte, dass es keinen Ärger geben würde. Kurz danach stand er auf und ging weg, um eine Packung Zigaretten zu kaufen. Als er wiederkam, sah er, dass die beiden sich zornig anfunkelten. Und er hatte den Eindruck, dass er sie wohl mitten in einer Prügelei angetroffen hätte, wenn er etwas später gekommen wäre. Doch sie nahmen die Unterhaltung wieder auf und bald ging Hamid in die Küche, um das Essen zu kochen. Als es fertig war, kam er damit herein und setzte es auf den Tee vor. Dann schnitt er Brotscheiben ab. Die drei Freunde setzten sich zum Essen. Doch Hamid hatte keinen Hunger. Er brachte kein Bissen herunter. Er hatte ein Gefühl, als wäre alles in ihm blockiert. »Beeilt euch«, sagte er zu den beiden anderen, »ich bin im Marchand bei ein paar Amerikanern eingeladen und ihr kommt natürlich mit.« Als die Mahlzeit beendet war, fuhren sie mit einem Taxi den Hügel zum Marchand hinauf. Der Garten, rings um das Haus, war von Lampions erhellt. Hamid läutete. Ein Amerikaner mit einem Glas in der Hand kam und schloss die Pforte auf. Hamid stellte ihm Mustafa und Abdeslam vor. In einem Raum saßen mehrere Amerikaner. Sie tranken und lachten und hatten die Füße auf den Tischen. Die drei Gäste schüttelten allen die Hand und setzten sich nebeneinander auf eine Couch. Hamid saß neben der Tür, durch die man in den Garten gelangte. Er schaute hinaus und sah ein paar große Datura-Bäume mit hunderten von weißen Blüten, die von den Zweigen hingen. Da sie nicht wie die anderen Whisky tranken, brachte der Amerikaner den drei Freunden Kaffee und Gebäck. Hamid stopfte seine Sepsie und rauchte vier oder fünf Pfeifen Kiff. Er begann, angestrengt hinaus in den Garten zu starren und dachte an die Worte, mit denen ihn Abdeslam beleidigt hatte, während Mustafa weg war, um Zigaretten zu holen. Unverwandt starrte er hinaus in den Garten, wo die Abendbrise durch das Laub der Bäume strich, und es schien ihm, als sähe er hinter den Bäumen die Gestalt einer Frau. Sie trug einen weißen Chaik und winkte ihm zu. Er legte seine Pfeife auf den Tisch und stand auf. Mustafa sah den Ausdruck aus seinem Gesicht und starrte ihn an. Er schaute ihm nach, als er langsam in den Garten hinausging. Hamid wandte nicht den Blick von der Stelle, wo er die Frau gesehen hatte. Als er unter den Datura-Bäumen war, stand er lange Zeit regungslos da und spähte in die dunklen Schatten, wo sie sein musste. Die weißen Blüten verströmten einen starken, süßen Duft. Nach einer Weile kam sein amerikanischer Freund heraus, um nachzusehen, was er so lange allein im Garten machte. Hamid bemerkte den anderen nicht, bis dieser ihn an der Schulter berührte. Er zuckte zusammen. »Hey, was ist denn?« fragte der Amerikaner. »Ah, nichts. Du hast mich erschreckt. Du wirkst so anders. Was ist passiert?« Hamid drehte sich um, schüttelte langsam den Kopf und sagte leise, »Ich habe meine Mutter nie gekannt.« Dann ging er zurück ins Haus. Eine Weile saß er neben Mustafa und hörte zu, wie die Amerikaner redeten und lachten. Dann stand er auf und ging wieder in den Garten. Unter einem der Bäume blieb er stehen und pflückte sechs Blüten, die er in seine Tasche stopfte. Der Amerikaner saß von der Tür aus und als Hamid wieder hereinkam, fragte er, »Werden die Blüten in deiner Tasche nicht zerdrückt?« »Das macht nichts«, sagte Hamid. »Ich habe sie gern bei mir, weil sie gut riechen.« Der Amerikaner lachte und Hamid ging hinein und setzte sich. Bald darauf sagte er zu Mustafa, »Komm, wir gehen.« Mustafa und Abdeslam standen auf. Die drei verabschiedeten sich von den anderen und gingen. Als sie nach Hause kamen, setzten sich Mustafa und Abdeslam zusammen und redeten weiter. Hamid sagte, er werde einen Kaffee machen. Sie schauten hoch und sagten, dass sie gerne einen trinken würden. Er ging in die Küche. Dort nahm er die Blüten aus der Tasche und warf sie in einen Topf voll Wasser. Er blieb dabei stehen und sah zu, wie sie aufkochten. Dann nahm er sie heraus und warf sie in die Toilette. Mit dem gelben Wasser, in dem sie gekocht hatten, machte er den Kaffee. Und er machte ihn sehr stark. Als er fertig war, füllte er zwei Gläser und trug sie ins Zimmer. Dann ging er in die Küche, machte einen Kaffee für sich selbst und setzte sich zu den beiden. Mustafa und Abdeslam tranken ihren Kaffee und unterhielten sich weiter. Doch es dauerte nicht lange und ihre Worte kamen immer langsamer. Lange Pausen traten ein und schließlich fielen Mustafa die Augen zu. Er kippte um und blieb am Boden liegen. Abdeslam sperrte Augen und Mund auf und blieb sitzen, aber er regte sich nicht mehr. Es war, als wäre er aus Stein gemeißelt. Hamid setzte sich neben ihn, lockerte ihm den Gürtel und zog ihm die Hose herunter. Er zog ihm die Hose aus, dann auch die Unterhose. Von Abdeslam kam keinerlei Regung. Hamid schubste ihn um, wälzte ihn auf den Bauch. Er kniete über ihm und spuckte ihm zwischen die Hinterbacken. Dann ließ er ihn büßen für die Beleidigung, wie es ihn die Frau unter den Datura-Bäumen geheißen hatte. Als er fertig war, ging er in sein Zimmer und legte sich schlafen. Am Morgen stand er auf und machte sich sein Frühstück. Bald erwachte Mustafa und rappelte sich vom Boden auf, wo er die ganze Nacht gelegen hatte. Dann sah er Abdeslam daliegen, so wie ihn Hamid am Abend verlassen hatte, mit entblößtem Hintern. Wortlos schaute er Hamid an. Ja, ich habe es getan, sagte der. Ich habe meiner Mutter geschworen, dass ich es tue, und ich habe es getan. Ich muss jetzt weg. Wenn dein Freund aufwacht, dann beobachte ihn mal. Er wird mit der Hand nach hinten greifen, dann wird er dich ansehen, schnell seine Hose anziehen und hinunter zum Strand gehen und in den Bus nach Casablanca steigen. Wir sehen uns dann später. Allahs Worte Sibrahim war ein sehr frommer Mann. Er verehrte den Koran so sehr, dass er dachte, andere würden ihn nicht hoch genug achten. Und er hielt es oft für seine Pflicht, Freunde und Nachbarn zu ermahnen, dass sie sich nicht leichtfertigen Sünden wie Stehlen, Unzucht und Trunkenheit hingeben sollten. Er verteilte auch großzügig Almosen an die Armen. Ein guter Mann, sagten die Leute, wenn er vorbeikam, wie ein Heiliger, sagten manche. Sie küßten ihm die Hand und redeten ihn mit Scherif an. Sibrahim besaß einen großen Bazar, in den jeden Tag viele Touristen zum Einkaufen kamen. Er hatte einen Sohn von knapp 20 Jahren und wenn Sibrahim zum Beten in die Moschee ging, übertrug er dem jungen Mann die Aufsicht über den Bazar. Wenn er hörte, wie die Worte des Korans gesungen wurden, fühlte er immer, dass das Leben gut war. Manchmal blieb er den ganzen Tag in der Moschee, saß in einer dunklen Ecke auf einer Matte und hörte den Gebeten einfach zu. Er wusste, dass die meisten Menschen sich diesen Luxus nicht erlauben konnten. Trotzdem dachte er immer wieder, wie schön es wäre, wenn auch andere den ganzen Tag die heiligen Worte hören könnten und in derselben glücklichen Lage wären wie er. Er überlegte hin und her und eines Tages ging er zu einem Inder, der mit Elektrogeräten handelte und kaufte ein großes Tonbandgerät. Am Abend sagte er zu seinem Sohn, er habe beschlossen, der Nachbarschaft ein Geschenk zu machen. Ich möchte, dass du mir Worte aus dem Koran auf dieses Tonband sprichst, sagte er. Der junge Mann stellte das Gerät in sein Zimmer und behielt es ungefähr eine Woche lang, bis er ein Tonband mit Suren aus dem Koran aufgenommen hatte. Dann gab er es seinem Vater zurück. Sib Rahim stellte in seinem Zimmer die Lautsprecher auf das Fensterbrett und spielte den Leuten auf der Straße die Worte Allahs vor. Es machte ihn sehr glücklich, sie so laut und machtvoll zu hören und er war sehr zufrieden mit seiner Idee. Die Passanten waren ebenfalls erfreut. Möge dir Allah ein langes Leben schenken, riefen sie zu ihm hinauf. Sib Rahim saß den ganzen Tag glücklich und zufrieden am Fenster und spielte das Tonband immer wieder ab. Am nächsten Tag hielt er sich nur eine Stunde im Bazar auf, ging zu einem kurzen Gebet in die Moschee und dann nach Hause, um sich wieder seinem guten Werk zu widmen. Am dritten Tag kam seine Frau zu ihm ins Zimmer und sagte, »Willst du von jetzt an nur noch da sitzen und diesen Apparat laufen lassen?« Sib Rahim war verärgert. »Frau, ich gebe den Menschen die Worte Allahs!« »Können wir nicht ein bisschen Ruhe haben?« »Was ist denn los mit dir?« Zornig ging sie aus dem Zimmer. Nach ein paar Tagen fiel Sib Rahim auf, dass die Leute nicht mehr stehen blieben, um die Worte zu hören, die er für sie abspielte. Es rief auch niemand mehr Segenswünsche zu ihm hoch. Sie hatten genug von den lauten Worten, die vom Fenster durch die Straßen halten. Viele im Viertel dachten jetzt, dass Sib Rahim ein bisschen verrückt war. Seine Angehörigen erfuhren davon und es war ihnen sehr peinlich, doch sie konnten nichts daran ändern. Der Sohn tröstete seine Mutter. »Mir wird schon etwas einfallen«, sagte er. Sib Rahim saß weiter am Fenster und dachte, »Sie hören nicht zu. Sie wollen die Worte Allahs nicht hören.« Eines Tages hielt er es nicht mehr aus. Er ging hinaus auf die Straße und hielt die Passanten an. »Hört ihr diese Worte«, rief er. »Warum achtet ihr nicht darauf? Es sind die Worte Gottes und ihr lebt nicht danach.« Die Leute redeten über ihn und sagten, »Seht ihr, es wird immer schlimmer mit ihm.« Sie schüttelten den Kopf und schnalzten mitfühlend mit der Zunge. Das bereitete Sib Rahim großen Kummer. Er konnte an diesem Tag nichts essen und verließ das Haus, um in ein Café zu gehen. Als er weg war, beschloss sein Sohn, einen Freund aufzusuchen, der auch ein Tonbandgerät hatte. Er überredete ihn, zu ihm nach Hause zu kommen und das Gerät mitzunehmen. Sie schlossen die beiden Geräte an und überspielten das Band mit den Worten Allahs auf das zweite Gerät, aber rückwärts. Dann legten sie das neue Band auf Sib Rahims Gerät, gingen ins Wohnzimmer und setzten sich mit den anderen Familienmitgliedern zum Tee. Im Café traf Sib Rahim einen Freund, den er schon seit vielen Jahren kannte. Der Mann war inzwischen ein starker Kiffraucher geworden. Sie saßen eine Weile beisammen und unterhielten sich. Und der Mann bot Sib Rahim eine Pfeife Kiff an. »Nein, ich rauche keinen Kiff«, sagte Sib Rahim. »Schade, denn dann würdest du vielleicht nicht so ein trauriges Gesicht machen.« Sib Rahim gab keine Antwort. Nach einer Weile sagte er, »Du musst mit mir nach Hause kommen, zum Abendessen. Ich werde dir die Worte Allahs auf meinem Tonband vorspielen.« Er dachte, das wäre vielleicht gut für den Kiffraucher. »Wacha«, sagte sein Freund. Von Leuten aus dem Viertel hat er schon von Sib Rahims Tonbandgerät gehört. Sie bezahlten beim Kroaschi ihre Rechnung und machten sich auf den Weg zu Sib Rahims Haus. Als sie hineinging, sagte Sib Rahim, »Die Leute hier wollen Allahs Worte nicht mehr hören.« Sein Sohn kam dazu und folgte ihnen in Sib Rahims Zimmer. Als sein Vater einen Augenblick abgelenkt war, zwinkerte er dem Besucher zu. Die beiden Männer setzten sich. Sib Rahim trug seiner Frau auf, einen Tee zu bringen. Sein Freund sagte, er werde zum Abendessen bleiben. Die Frau ging zurück in das Zimmer, in dem die anderen Familienmitglieder saßen. Er hat den alten Hashishi zum Abendessen eingeladen. Es ist die einzige Möglichkeit, wie er einen noch dazu bringen kann, sein Tonband anzuhören. Der arme Hashishi tut mir jetzt schon leid. Mittlerweile stand Sib Rahim auf, ging zu seinem Tonbandgerät und stellte es an. Die Worte, die herauskamen, hörten sich an wie das Quaken von Fröschen. Er sah verdutzt rein, hielt das Band an und schaltete auf eine andere Geschwindigkeit. Jetzt klang es wie Vogelswitschern. Er schaltete zurück auf die erste Geschwindigkeit, doch er konnte kein Wort verstehen. Er schüttelte den Kopf und schickte sich an, das Gerät abzuschalten. »Was ist denn?«, fragte sein Freund. »Lass es mich doch hören!« Er begriff, dass Sib Rahim sah ihn an und entschied, dass er den Kopf voll Kiff hatte. Er schaltete das Gerät aus. »Etwas stimmt nicht damit. Es funktioniert nicht richtig.« »Lass es doch!«, sagte der Mann. »Warum hast du es abgestellt? Dreh es auf und lass es laufen. Du hast mich eingeladen, damit ich mir die Worte Allahs anhöre. Also lass hören!« Er begriff, dass Sib Rahims Sohn sich einen Scherz ausgedacht hatte und er beschloss, bei dem Spaß mitzumachen. Sib Rahim stellte das Band wieder an und sein Freund sagte, »Gut, ja, jetzt komm und setz dich. Ich stopf dir eine Pfeife und dann hören wir es uns an.« Sib Rahim war so verstört und durcheinander, dass er die Pfeife nahm und sie rauchte. Und jedes Mal, wenn er sie von seinem Freund wieder gereicht bekam, nahm er sie. Sie saßen da und hörten auf die Laute, die aus dem Apparat kamen. Als das Band halb durchgelaufen war, sang bereits der Kiff in Sib Rahims Kopf. So allmählich glaubte er, die Laute vom Tonband jetzt verstehen zu können. Von Zeit zu Zeit spähten die Familienmitglieder durch den Vorhang in das Zimmer, wo die beiden Männer saßen. Dann drehten sie sich rasch wieder um, damit man sie nicht lachen sah. Als das Tonband zu Ende war, wandte sich Sib Rahim an seinen Freund und fragte, »Hast du etwas verstanden?« »Verstanden? Ja, selbstverständlich. Du, etwa nicht?« Sib Rahim kratzte sich am Kinn. »Nein, kein einziges Wort. Der Apparat funktioniert heute nicht richtig.« »Ist doch ein gutes Gerät. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich habe alles verstanden«, sagte sein Freund. Da hörte Sib Rahim, wie seine Angehörigen im anderen Zimmer lachten. Seine Frau sagte, »Vielleicht wird ihm das eine Lehre. sein, und wir bekommen endlich ein bisschen Ruhe.« Inzwischen hatte Sib Rahim den Kopf so voll von Kiff, dass er die Worte seiner Frau falsch verstand und glaubte, sie würde sich beklagen, weil er Kiff geraucht hatte. Er wurde sehr zornig. Er stand auf und rief ins andere Zimmer hinein, »Du irrst dich. Ich werde Kiff rauchen, so oft ich will. Und ich werde lernen, wie man ihn schneidet, damit ich ihn jeden Tag frisch habe. So, was sagst du jetzt, Frau?« Sein Freund war hoch erfreut über diesen Sinneswandel. Nach dem Abendessen ging er mit Sib Rahim zurück ins Café. Und sie rauchten weiter, bis spät in die Nacht hinein. Von nun an verbrachte Sib Rahim seine ganze Zeit in Cafés, wo er seinen Kiff schnitt und rauchte. Sein Tonbandgerät interessierte ihn jetzt nicht mehr. Also schenkte er es seinem Sohn. So, was sie jetzt neتي? So, was sie? So, was sie? Erzählung des Kiffhändlers Wenn ich keine Arbeit fand und nichts zu tun hatte, schnitt ich Kiff. Es war meine einzige Möglichkeit, zu Geld zu kommen. Ich setzte mich draußen in Beni Makada in einen Kaffee und zupfte mir den Kiff zurecht. Büschel für Büschel. Und sobald genug Raucher im Kaffee waren, verkaufte ich es ihnen. In kleinen Päckchen, je nachdem, wie viel sie haben wollten. Manche wollten es mit viel Tabak und andere wollten eine leichtere Mischung. Ich wusste, wie man guten Kiff macht und ich machte ihn für richtige Raucher. Aber sie hätten ihn nicht gekauft, wenn er nicht gut gewesen wäre. Ich nahm nur die besten Teile der Pflanze. Eines Tages war ich mit dem Schneiden gerade fertig und spielte mit Freunden eine Partie Ronda. Auf dem Tisch hatte ich ein Blatt Tabak liegen, das übrig geblieben war. Ich wollte es später wegtun. Da kam ein Mann ins Café mit Turban und Gelaba, gelbes Slipper an den Füßen und einen Spazierstock in der Hand wie ein Jibili. Wir schauten zu ihm rüber und er setzte sich hin, bestellte sich eine Coca-Cola und bezahlte es dem Kuaji. Und wir spielten weiter. Und dann griff er auf einmal nach meinem Blatt Tabak und saß an und sagte, Wem gehört das? Ich sagte, mir. Und er sagte, er wollte sich draußen mal mit mir unterhalten. Wo? Draußen. Na gut. Ich stand auf und ging mit ihm raus. Draußen hatte er ein Auto stehen. Steigen Sie ein, sagte er. Wer sind Sie? Ich bin von der Regie de Tabak. Ich steige ein und wir fahren zu seinem Büro. Dort sitzen drei Franzosen und vier Marokkaner. Was hat er da verbrochen? Fragten sie. Ich habe ihn in einem Café erwischt. Mit diesem Blatt Tabak. Sagte der Jibili und wedelte damit. Einer der Franzosen sieht mich an und fragt auf Arabisch. Rauchen Sie Kiff? Wenn ich welchen Angeboten kriege? Ja, aber sonst rauche ich Tabak. Und das Blatt hier? Wo haben Sie das her? Will er wissen. Da ist heute früh ein Mann ins Café gekommen. Ich habe ihn noch nie gesehen. Er hatte seinen Kiff geschnitten und als er fertig war, hatte er ein Blatt übrig. Ich habe ihn gefragt, ob ich es haben kann. Und er hat gesagt, ich soll es nehmen. Und was wollten Sie damit? Fragte er. Ich sage ihm, es gibt viele Männer, die Kiff rauchen. Und wenn sie sich ihren Kiff schneiden, brauchen sie manchmal noch ein bisschen Tabak. Und dann kann ich ihnen aushelfen. Und Sie wissen nicht, dass das verboten ist? C'est défendu ça. Er wedelt mir mit dem Blatt vor dem Gesicht herum. Mon monsieur. Ich dachte immer, für Moslems ist nur Alkohol verboten, nicht Tabak. Außerdem ist es nur ein Blatt und ich weiß nicht einmal, wem es gehört. Sie gehen mit mir raus und setzen mich wieder ins Auto und fahren mich in den Knast, den die damals da draußen hinter der Kaserne von Beni Makada hatten. Sechs Tage in einer dunklen Zelle. Keine Pritsche. Ich musste auf dem Boden schlafen. Und der Boden war aus Stein. Nach sechs Tagen und Nächten kommen sie wieder, schließen die Tür auf und sagen, ich soll rauskommen. Also gehe ich raus und sie fahren wieder mit mir ins Büro. Der Franzose sieht mich an und sagt, diesmal würden Sie mich noch davon kommen lassen. Aber ich muss 500 Peseten Strafe zahlen. Wieso? Sag ich. Für ein Blatt Tabak? Für 200 Peseten kann man ein ganzes Kilo kaufen und Sie wollen von mir 500 für ein einziges Blatt? Entweder Sie zahlen oder Sie sitzen fünf Monate im Gefängnis, sagte er. Ich zahle. Die sechs Tage haben mir gereicht. Ich gebe ihm die 500 und er sagt, ich soll nach Hause gehen. Zu Hause wollten alle wissen, wo ich gewesen bin. Und ich erzählte ihnen, ich wäre in Tetouan gewesen, damit sie sich keine Sorgen machen. Ich nahm ein Bad, zog frische Sachen an und ging ins Café. Als ich reinkam, sagten alle, das war ein übler Trick, mit dem sie dich da reingelegt haben. So etwas sollten Sie mit den Leuten nicht machen. Na, ist doch nichts passiert, sagte ich. Später ging ich los, kaufte zwei Kilo Kiff und ging damit ins Café zurück. Ich setzte mich auf die Bühne der Musiker und breitete alles von mir aus. Drei Freunde setzten sich zu mir und halfen mir beim Sortieren, damit die schneller fertig wurde. Ich rief den Poagie und ließ ihn vier Gläser Tee bringen. Ich wollte, dass alle in guter Stimmung waren und flott arbeiteten. Also gab ich ihn Kiff, den sie während der Arbeit rauchten. In der Zwischenzeit machte ich den Tabak zurecht. Wir wurden gleichzeitig fertig und dann fing ich mit dem Schneiden an. Als die Kunden hereinkamen, war alles fertig, sodass ich wenigstens diesen Tag nicht verloren hatte. Damals konnte ich ein Kilo Kiff für 150 Peseten bekommen und für weitere 100 bekam ich ein Kilo Tabak. Gewöhnlich verdiente ich ungefähr 600 Peseten an einem Kilo Kiff. Aber manchmal war in der ganzen Stadt praktisch kein Kiff zu bekommen. Ich hatte nichts zu verkaufen und musste mich woanders danach umsehen. Einmal fuhr ich mit dem Rad runter nach Emsalach und wollte zu einem Mann, der mir ab und zu was verkaufte. Vor seinem Haus sah ich eine Menge Neugierige stehen und dann sah ich Männer von der Regie de Tabak. Ich stieg ab und blieb stehen. Sie schleppten vier Säcke voll Kiff heraus, jeder 100 Kilo schwer und dann noch 200 Kilo Tabak. Dem Mann und seinem Bruder legten sie Handschellen an. Sie verhafteten auch noch zwei Männer, die bei ihnen waren. Sie verfrachteten die Männer, den Kiff und den Tabak, in ihren Kastenwagen und fuhren weg. Die Männer taten mir leid. Jedem blühten fünf Jahre Gefängnis. Um den Kiff und den Tabak tat es mir auch leid, denn das wurde alles verbrannt. Ich fuhr noch Charles-Diet zu einem anderen Mann. Er sagte, sein Kiff wäre nicht besonders gut, aber besser als nichts. Und der Tabak? Fragte ich. Er sagte, es wäre das Beste, was er kriegen konnte. Im Moment ist kein guter Kiff und auch kein guter Tabak zu bekommen, meinte er. Egal wie sie es anstellen, ob mit LKW oder per Esel oder auf dem Fahrrad. Die Gendarmen halten sie an und finden es. Er wollte 150 Peseten für das Kilo und ich kaufte fünf Kilo und dann noch anderthalb Kilo Tabak. Ich verstaute alles in meiner Badetasche, die ich mir hinten aufs Fahrrad klemmte und dann fuhr ich los. Nach einer Weile merkte ich, dass mir ein Auto mit zwei Männern folgte. Egal, in welche Straße ich einbog, der Wagen war immer hinter mir. Mein Herz fing an zu klopfen. Ich war sicher, dass sie von der Regie de Tabak waren. Ich bog links ab und sauste eine abschüssige Straße hinunter und der Wagen folgte mir. Ich hielt Ausschau nach einer Seitengasse, die zu schmal für das Auto war, aber breit genug für ein Fahrrad. Ich radelte weiter und die zwei im Auto blieben hinter mir. Ich kam nach Val Flores und hatte noch immer keine Seitengasse entdeckt. Dann sah ich einen Pfad, der runter zum Fluss führte. Den nahm ich. Ich trat in die Pedale und hängte das Auto ab und fuhr weiter, bis ich hinter dem Armenhaus war. Von dort ging's runter zur Bäckerei. Ich stieg ab, gab die Badetasche dem Bäcker, fuhr anschließend eine halbe Stunde durch die Gegend und dann wieder zurück zur Bäckerei. Der Bäcker hatte inzwischen die beiden Säckchen mit Kiff und Tabak aus der Badetasche genommen und stattdessen einen kleinen Sack voll Brotreste hineingetan. Er gab mir die Tasche, ich schnallte sie hinten aufs Fahrrad und fuhr zum Café. Ich steige gerade vor dem Café vom Rad. Da kommt das Auto mit den zwei Männern angefahren. Ich gehe auf den Eingang zu. Da schreien sie schon. Hergeblieben! Ich drehe den Kopf und schaue zu ihnen hin. Aber ich gehe weiter. Wieder schreien sie was. Ich reagiere nicht, gehe ins Café und setze mich hin. Sie kommen gleich hinter mir rein und einer greift nach meiner Tasche. Ich reiße sie ihm weg und sage, nehmen Sie die Hände weg. Was wollen Sie mit meiner Tasche? Wer sind Sie? Da zeigt er mir seinen Ausweis von der Regie de Tabak. Er greift wieder nach der Tasche. Was haben Sie da drin? Nichts. Werden wir auch, sagte er und sie gehen hinaus. Und ich bin sehr erleichtert. Ich fuhr zurück zum Bäcker, gab ihm das Brot und fuhr mit meinem Kiff und Tabak nach Hause. In der nächsten Zeit blieb ich von Ärger verschont und dachte nicht mehr an die Regie de Tabak. Assis und ich versuchten, ein Vorrat von Kiff anzulegen, damit wir unsere Kunden weiter beliefern konnten, wenn es mal keinen zu kaufen gab. Nach ein oder zwei Monaten hatten wir ungefähr 125 Kilo beisammen. Wir hatten es aus Beninochfett heraufgebracht und es war alles bei mir zu Hause. Eines Nachmittags saß ich mit Assis und einigen Freunden im Café. Sie spielten Karten und ich schnitt den Kiff zurecht, als die Männer hereinkamen. Ich hatte alles ausgebreitet vor mir liegen und war so mit meiner Arbeit beschäftigt, dass ich sie zuerst gar nicht bemerkte. Sie lachten und schauten auf mich herunter. Ich starrte sie nur an. Sie nahmen mir alles weg und wickelten es in Zeitungspapier. Während sie damit zu tun hatten, verdrückte sich Assis nach draußen und schwang sich auf sein Motorrad. Es waren diesmal vier Männer und als sie mit mir ins Auto stiegen, sagten sie, so und jetzt fahren wir zu ihnen nach Hause. Als ich das hörte, blieb mir fast das Herz stehen. Na gut, sagte ich. Sie fuhren zu mir nach Hause und zwei von ihnen gingen mit mir rein. Mein Bruder war da und als er mein bleiches Gesicht sah, flüsterte er mir zu. Keine Sorge, Assis hat alles mitgenommen. Da war mir ein bisschen wohler. Die beiden Männer suchten überall, unter den Betten, in den Truhen und Schränken. Schließlich gingen sie hinaus zu den anderen und sagten ihnen, dass sie nichts finden konnten. Es gab einen Streit und diesmal kamen alle vier herein und durchsuchten alles noch einmal. In jedem Zimmer ließen sie die herausgerissenen Sachen auf dem Boden liegen und schließlich gaben sie auf. Los, mitkommen, sagten sie zu mir. Ich gehe hier nicht weg, bevor sie alles wieder dahin tun, wo es war, sagte ich. Sie legten alles wieder zurück, dann ging ich mit ihnen hinaus zum Wagen und sie fuhren mich ins Büro. Was? rief der Franzose. Ihr habt ihn schon wieder. Sie wickelten den Kiff und Tabak aus dem Zeitungspapier, das Schneidebrett, das Messer und das Sieb. Ich sehe, ihr habt diesmal sein Handwerkszeug, sagte der Franzose. Dann wandte er sich an mich und hielt mir einen Vortrag. Dass ich noch zu jung wäre, um Kiff zu rauchen. Dass ich meine Gesundheit ruinieren und verrückt werden und alle möglichen Krankheiten bekommen würde. Als er fertig war, sagte ich, von Kiff wird man nicht verrückt. Es ruiniert einem auch nicht die Gesundheit. Wenn man gut isst und genug schläft, tut es einem überhaupt nichts. Aber wenn man kein Geld hat, dann wird man verrückt und ruiniert sich die Gesundheit. Das reicht, schrie er. Das hören Sie nie gern, wenn einer von Armut redet. Wenn Ihnen meine Ansichten nicht passen, dann sag ich eben nichts mehr. Reden Sie doch. Wissen Sie, was wir mit Ihnen machen können? Wir können Ihnen fünf Jahre Gefängnis aufbrummen. Dazu haben Sie kein Recht. Nicht einen Tag können Sie mich ins Gefängnis stecken. Ich rauche Kiff und ab und zu kaufe ich mir ein Büschel und schneide es und rauche es. Ich handle nicht damit. Ein Büschel reicht mir für drei oder vier Tage. Warum schnappen Sie sich nicht die Männer, die damit handeln? Sie bestrafen die, die Ihnen eigentlich egal sein sollten. Und die, die eine Strafe verdient hätten, lassen Sie laufen. Wen denn? Zum Beispiel, fragte der Franzose. Nadibe und Mörder und Säufer. Die verhaften Sie nicht. Stattdessen verfolgen Sie Leute wie mich, die bloß in Cafés sitzen, keinen Lärm machen, keinem was tun und sich nur um ihren eigenen Kram kümmern. Einer der Moslems sah mich an und sagte, du hörst dich wohl gern reden, wie? Lassen Sie ihn, sagte der Franzose. Und zu mir? Reden Sie weiter. Wenn ich's tue, habe ich euch alle gegen mich, sagte ich. Reden Sie nur, reden Sie nur. Ich trinke keinen Alkohol, sagte ich. Außerdem bin ich arg nervös. Ich rauche Kiff, damit ich ruhiger werde. Wenn ich Kiff geraucht habe und es kommt einer und will Streit mit mir anfangen, gehe ich überhaupt nicht darauf ein. Ich weiß nicht mal, ob ich sitze oder stehe. Wenn mich jemand schlägt, spüre ich nichts. Es ist also ganz ausgeschlossen, dass ich einem wehtue. Ich rauche nur Kiff und verhalte mich ruhig. Sie sollten sich die Männer greifen, die tonnenweise Kiff haben, nicht bloß ein oder zwei Büschel. Der Franzose wollte wissen, ob ich ihm zeigen könnte, wo die Männer wohnen, die tonnenweise Kiff haben. Ich sagte, es täte mir leid, aber ich wüsste ihre Adressen nicht. Ich lebe davon, dass mir andere einen Gefallen tun, sagte ich. Wenn ein Freund ein Büschel Kiff kauft, dann kauft er mir auch eins, ab und zu mal. Der Franzose schaute mich nur an. Wiegen Sie den Kiff, sagte er zu seinen Männern und sie wogen ihn. Es sind 210 Gramm, sagten sie. Wiegen Sie den Tabak. 120 Gramm. Er wandte sich an mich und fragte, wissen Sie, wie viel das bedeutet? Nein, wie viel? 210 Gramm Kiff bedeutet 4.200 Peseten und 120 Gramm Tabak bedeutet 6.000 Peseten. Mach zusammen 10.200 Peseten. Och, runnen wir es auf 10.000 ab. Das kann ich nicht zahlen, sagte ich, aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Und der wäre, Ich kann es zahlen, wenn Sie mir einen Job geben und ich jeden Monat ein bisschen abzahlen kann. Wenn ich alles gezahlt habe, können Sie mich wieder entlassen. Ja, ja, sagte er. Verstehe. Sie sind ein blitzgescheiter junger Mann, nicht? Vous êtes très intelligent, monsieur. Très intelligent. Er war wütend. Aber ich alberte weiter herum. Jeder, der essen und auf zwei Beinen gehen kann und in der Welt zurechtkommt, ist intelligent. Sagte ich. Sogar ein Esel ist intelligent. Ein paar von den Moslems lachten. Isse ficht immer girl, beschwerte sich der Franzose. Ist doch wahr, sagte ich zu ihnen. Wenn ein Esel nicht intelligent wäre, wie könnte er dann wissen, dass Achach bedeutet Geh zu und Ho, bleib stehen. Woher sollte er den Unterschied wissen? Das stimmt, sagt einer der Moslems. Und ein anderer sagte zu ihm, Du spinnst. Die beiden stritten sich. Der Franzose runzelte die Stirn. Er schrie die beiden an und sie waren still. Also, sagte er zu mir. Das letzte Mal hatten sie Glück. Aber diesmal müssen sie bezahlen. Das letzte Mal wollten sie nur sehen, was in dem Sack in meiner Badetasche war, sagte ich zu ihm. Und was war darin? Nur Brotreste, die nehme ich zum Angeln. Manchmal esse ich sie auch, weil ich keine Arbeit habe. Ich sitze bloß im Café und meine Freunde sind gut zu mir. Jeder hilft mir ein bisschen. Schließlich führten sie mich in einen Raum und sperrten mich ein. Zweieinhalb Stunden saß ich da. Dann kam sie und brachte mich wieder zu dem Franzosen. Ich habe es mir überlegt, sagte er. Sie tun mir leid. Sie können gehen. Tun Sie mir einen Gefallen, sagte ich. Was denn? Behalten Sie den Kiff und den Tabak, aber geben Sie mir das Brett und das Messer wieder. Auf keinen Fall. Was denken Sie denn? Aber der Mann, der sie mir gegeben hat, ist tot. Das Brett und das Messer bedeuten mir mehr als alles auf der Welt. Er sah mich stirnrunzelnd an. Und vor den Moslems, die dabei standen, sagte er. Genug, das reicht. Nehmen Sie alles wieder mit. Ich wickelte alles ein. Kiff, Tabak, Brett, Sieb und Messer. Dann bedankte ich mich bei ihm. Verschwinden Sie, sagte er. Ich ging zurück ins Café. Dort saßen sie alle mit traurigen Minen herum. Als sie mich sahen, sprang sie auf. Was war? Ich packte die Sachen aus und zeigte sie ihnen. Es ist alles da, sagte ich, stieg auf die Bühne der Musiker und bestellte mir beim Kouají ein Glas Tee. Dann fing ich an, den Kiff zu schneiden. Ich bin ein Glas Tee. Untertitelung des ZDF, 2020